Im heutigen Video zeige ich euch, wie man Stahl richtig brüniert. Auf meiner Facebook-Seite wurde mir der Vorschlag gepostet, Stahl mit Rapsöl zu brünieren. Das Tragen einer Schutzbrille ist bei diesem Versuch Pflicht. Für den Fall, dass ihr keine zu Hause habt, habe ich mal einen Link in die Beschreibung gepackt. Für diesen Versuch benötigen wir einen hitzebeständigen Behälter, wie diese Blechdose hier, und etwas Rapsöl. Jetzt nehmen wir uns einen Gasbrenner und erhitzen unser Stahlteil. Je heißer es wird, desto effektiver wird es brüniert. Circa 500 Grad Celsius sollten reichen. Sobald der Stahl diese dunkelgraue Färbung erhalten hat, ist er circa 400 Grad heiß. Und sobald er anfängt rötlich zu glühen, circa 680 Grad. Jetzt müssen wir das heiße Stahlteil in das Rapsöl geben. Aber Vorsicht! Hierbei besteht die Gefahr für heiße Ölspritze oder gar Stichflammen. Deshalb sollte dieser Versuch unbedingt draußen durchgeführt werden, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Hat sich das Öl nun auf der Oberfläche des Stahlteils eingebrannt und sogenannten Edelrost gebildet, welcher für diese tiefschwarze Färbung verantwortlich ist und gleichzeitig einen guten Korrosionsschutz bietet. Es kann sein, dass beim ersten Vorgang die Brünierung nicht gleichmäßig oder unvollständig ist. Wenn dies der Fall ist, müsst ihr das Ganze einfach wiederholen und den Stahl etwas heißer erhitzen. Drückt den Abo-Knopf und gebt einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und schaue dir unbedingt noch mein Video an, in dem ich Stahl mit Acid brüniere.